Ja, hallöchen Leute und willkommen zu diesem Video, in dem ich euch ein neues Projekt ankündigen möchte. Es handelt sich dabei um... Ähm, also, ich habe ja Pokémon Feuerrot beendet, hier jetzt noch nicht, weil ich das Video leicht voraus aufnehme hier. Aber wie dem auch sei, es wird weitergehen mit Pokémon. Ich mache nämlich eine andere Pokémon-Edition und zwar könnt ihr euch freuen auf Pokémon Rubin. Das Ganze wird ein Blind-Let's-Play, also ich habe wirklich nicht so viel Ahnung von der Edition, beziehungsweise Generation. Und ja, manchmal verlaufe ich mich dann halt ein bisschen, aber das kann ja auch ein bisschen amüsant sein vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall wäre das schon mal gesagt. Neues Projekt Pokémon Rubin statt hier, äh, Pokémon Feuerrot. Ähm, außerdem möchte ich noch sagen, bei mir hat jetzt auch schon länger wieder, naja, was heißt länger, seit ein paar Tagen die Schule angefangen. Und, ähm, deshalb werden jetzt nicht mehr so viele Videos kommen, wie ich es in den Ferien also gemacht habe. Da kamen ja immer zwei Videos am Tag meistens und jetzt kommt wahrscheinlich nur noch ein Video am Tag. So, ich denke, da habt ihr auch Verständnis für. Wir sehen uns bei dem folgenden Projekt hoffentlich, bei Pokémon, ja, ja. Bis dann und ciao.